So, jetzt mal im Ernst. Das ist echt der Moment, wo man sich denkt, what the fuck. So, ich habe hier einfach mal in meinem Zimmer eine CD gefunden. Keine Ahnung, wo die herkommt. Echt nicht. Du hast mal das Laufwerk. Ich freue mich ja schon so. Es ist bestimmt richtig tolle Musik drauf. Oh, ich habe schon ein Computer laufen. Na komm. So, gehen wir hier auf Wiedergabe. Und hör mal rein, was hier so schön ist auf der CD drauf ist. What the fuck ist das? Na dann rock mal. Ja. Keine Ahnung, wo die Mucke herkommt. Und was macht so ein Lied jetzt hier zwischendrin? Ohne Scheiße, was soll das? Komm ich mir mal vor. Okay, das ist kein schlechtes Lied, aber irgendwie passt es hier nicht rein. Okay, das Lied ist cool, aber irgendwie bisschen random, ne? Ja. Ja, so ein Standard-Techno-Zeug. Ja, das passt. Alles gefixt. Natürlich. Das passt super hier dazu. Tschüss. Spacken. Super Musik. Absolutes Meisterwerk. Na dann. Okay, so schlecht klingt das jetzt überhaupt nicht, aber... Ja, machen wir's. So, das ist nicht wo ich mir dachte, what the fuck is going on here? Ja. Das war bestimmt Meister, die Traders haben geschnitten an das Lied. Was soll das denn jetzt schon wieder? Passt ja super rein. Okay. Okay, aber klingt so cool. Ja, so ist es cool, Technos oder sowas. Ja. Ja, das ist das dann schon wieder. Passt super. Das kommt mir bekannt vor. Tatsächlich, aber... Naja. Ach du Scheiße. Und das nicht einmal? Ja. Ja, okay. Also jetzt mal im Ernst. Wer hat die CD zusammengestellt? Also... Ohne Scheiße. Ich habe die gerade in meinem Zimmer gefunden. Und ich habe keine Ahnung, was zur Hölle das ist. Und wo die herkommt. Ich kann gleich vorweg nehmen, ich habe sie nicht zusammengestellt. Ich kann mir nicht vorstellen, wer das gewesen sein könnte. Also... Damit erstmal tschüss und bis zum nächsten Video. Bis zum nächsten Video. Bis zum nächsten Video.